Naja, so ein bisschen. Kann ich auch wieder in den Kopf schießen? Ja, das bringt dich halt auch. Ja, nachher wieder 50% meines Lebens verloren durch euch. Hey, du halt einfach vor die Flinte läufst, kann ich da auch nichts führen. Ja, das haben wir doch gemacht mit dem Schiff. Das haben wir gemacht, ja. Und Signal, womit? Leuchtkugeln auf dem Waffensatz. Waffensatz. Du hast die Waffen, ne? Ich? Bin ich jetzt Waffenmeister? Wer denn sonst, die Tankstelle ist gleich hier über die Straße. Ich habe eine Art Foto gestoppt, die nächste Kampagne. Achso, Entschuldigung. Warte. Du hast jetzt deinen Stock gelassen, da hast du deinen Stock gelassen. Aber haben wir das eigentlich auch schon gemacht? Robin, nicht rein. Mir kommt das irgendwie bekannt vor. Vielleicht irgendwann anders schon mal gespielt. Ja, nicht nur. Ja, immer im Offline-Mode. Deswegen ist er immer so gut in den Kills. Äh, in den Kills, weißt du? Das war wahrscheinlich die Vorgeschichte dazu. Nein, das sieht doch... Kommt mir doch nicht so bekannt vor, glaube ich, oder? Ah, doch, doch, doch. Oder? Da sind Flugzeuge. Überhaupt nicht cool. Machen wir das, oder? Ja. Da ist es nicht so gut. Du bist ein beschissener Schütze! Hm! Lade nach! Entschuldigung! He! Von 100 auf 99! Hehehehe Bring mir! Yeah! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Ich glaube wir müssen hier gar nicht lang, oder? Wir hätten hier rüber müssen. Gut jetzt! Da sieht's aus! Alter! Äh! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Nein! Ja genau der! Lade nach! 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 Ups! Jetzt weiß ich auch warum ich so leise bin! Hörst du mich jetzt besser mal? Ja auch! Kein Grund mich anzuschreien. Entschuldigung! Kannst auch gerade runter drehen! Ohje. Ja das mache ich gleich. Ja. Ja, mein Mikro ist mal wieder ausgegangen, warum auch immer. So, jetzt bin ich hier bei 100%. Ja, ist ja schön. Okay, wohin? Ah, okay, so. Die haben die runtergeschmissen. Oops. Oh. Not enough. No. Not enough. 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 ja wenn ich mich ständig vor die Nase laufen 81 nur noch das war weiß nicht ich hab Kevin getroffen irgendein hat mich wieder dazu geheißen wie wär's denn mal auf äh Zombies schießt ja das hat zwar deiner gesagt aber da hab ich auf Kevin geschossen ach so das war dann nur Bug wenn ich dich getroffen hab ja hier geht's auch nicht weiter oder wie schau dir auf mir hehehe wow wachsen wir müssen bestimmt auch irgendein Haus durch oder? oder habt den Weg schon gefunden? mhm auch nicht oh dicker hehehe angeber oha hier kommen ich bringe euch ein paar mit zu freundlich ups ja Moment Entschuldigung hm ich hab jetzt vorne nix gesehen auf die schnelle aber ja oh da ist ein dicker oh bei mir ist ein dicker bei mir ist ein dicker gubisch bist du denn schon wieder alleine hingerannt? das ist ein durchgang ja und dann? er knettet weg er knettet weg hehehe das passt hinter Marvin helfe 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 mal irgendwie richtig ja also also ich glaube ich gleich finde ich nicht das ist mein problem muss den weg zurücklaufen auch wieder tot den weg ganz außen rum zu ihr moment ich kämpfe gerade noch mit diesem fetten ding was euch getötet hat in der hoffnung nicht selbst dabei drauf zu gehen die rochelle kommt schon okay super der dicke ist jetzt schon mal außer gefecht links von dir aber die schüsse herkommen ja da bist du und der rest man weiß es ja ich bin schon wieder ich habe jedenfalls medikit auf dem rücken falls es jemand braucht willst du gleich ich mich selbst heilen wie halte ich denn jetzt dich mit welcher taste rechts und links ich glaube hier geht es auch weiter wo kevin ist ja da hinten durchs feuer durch und dann ja digga es ist erst alleine hier gibt es erwarten und so ohne pfanne pfanne vor der win hier ist alles leer jetzt nicht mehr ich bin voll grün jetzt nicht auf das auto schießen zu spät es ist aber hier zu mir da hat es ein bisschen was Oh ja Oh, Medikids Wo? Hier, am Boden Das war ein Safe Room Achso, oh Ich dachte, war mir die Tür zu, Entschuldigung Und dabei zweimal gestorben, ich mein ja nur Schade, dass da irgendwie nicht steht mit Wer am meisten Schaden so kassiert hat Von seinen Mitspielern meins Bewegt mich doch gar nicht Oh mein Gott Hier liegt noch eine Spritze Wo müssen wir raus? Da bei dir, Kevin Da liegt auch noch was Hier ist noch eine Spritze Ja Bei ihr lag keine Spritze Niemals Wo geht's raus bei euch, Anna? Ja Da können wir schon wieder Ball ab, da geht's raus Ja, wenn du mir vor die Nase läufst, ich kann nix dafür Bleibst du am besten hinten stehen und schießt einfach von dort ab Kommt ja zu uns Ja, aber ein bisschen in Bewegung muss man schon bleiben Sachte Kevin und lief mir selbst vor die Nase, weißt du? Hier ist noch ein Kid, falls jemand ganz verletzt ist Oh, da kommt ein großer Und ein Hüpfer, ein Hüpfer Na Habt ihr Verbandszeug? Ja Ich heil mich, auf Deckung Granate Granati Was, Salami? Boah, hinter uns Was? Alles gut Jetzt ja Waren wir hier nicht schonmal? In diesem Park? Also ich nicht Also entweder die Waffe ist beschissener oder die Zombies sind resistenter Was ist das? Warte schon Was ist das? Was ist das? hinter uns sind auch ganz viele das ist nur noch ein schuss ich habe nur aus die handfeuerwaffe irgendwo ist so ein kleiner da auf mir ja ich bleib stehen dankeschön und zwar ja nur noch fünf schuss habe ich da wäre so ein geiles sniper gewehr weiß gar kein sniper gibt es hier nicht ich hätte ich das ist kein sniper was da liegt schlagstock muss halt wieder hinweichen wenn ich reinlaufe dann kriegst du wieder von hinten ab mit dem minigun hier geht ja gar nichts oh bumekotze wer hier da irgendwas ist hinter mir zumindest war da die kotze auf einmal das ist so ein ding das ist scheiße schlag mich doch alter Gehen wir da rein, oder? Ja, das sagt man so leicht, weil die hat mich mal kurz geklappt. Der war ja süß, der war schon dran vorbeiren. Ach, Shit! Ja, ich bin auch schon wieder... Nein, ich habe mich gerade geheilt. Danke. Hier liegen noch mal Waffen, ne Gitarre. Okay. Oh, ich brauche auch ne neue Waffe. Da liegt ne Pumpgun und so ein Granatwerfer-Dingsbums hier hinten. Genau hier. Ja, ich bin wieder voll. Ich habe Medikator nichts besser mit. Wenn man die Waffentausch hat, mal wieder volle Muni fällt mir grad drauf. Mhm. Mann. Danke. Gerne. Kann ich denn auch? Ja, kann ich. Hinter uns hin und hin und wo. Oh fuck, von oben, ja. Ich glaube, wo wir hergekommen sind, kommen auch ganz viele. Okay, das war's glaube ich. Oh, ihr rennt schon weiter. Okay, cool, danke. Ach so, hier sind... Oh. Hier ist wieder, äh, Safe-Room. Sorry, da. Läuft ja viel Butter hier. Dann halt euch mal da... Da fehlt. Ähm. So, halt dich mal und dann nimm das. Ja. Muss heilen. Ach so, nee, das ist kein Safe-Room. Nicht wirklich. Aber man kann die Tür zumachen, also, von dem her. Sobald die Tür aufgeht, rennen wir zum Turm. Aber wir sollten zusammenbleiben, oder? Müssen wir nicht die andere Tür dann aufmachen? Also die hier? Und los jetzt, los! Oh oh. Lauft einfach mal. Bye. Ähm, hier sind noch mal Pillen und irgendein anderes Gewehr. Ich versuch mal durchzurennen. Wir müssen, glaub, schneller als die sein. Ah, das hat er mich. Danke. Keiner. Nein. Es ist Scharfschüsse wieder. Na endlich. Doch lauf mir doch nicht vor die Nier. Jetzt. Und dann töten, oder was ist der Plan? Ja, ich werde verloren. Ja, warte, ich finde den gerade nicht. Ich denke, wir müssen hier erst klären. Äh, hast du ein Medikit, Marvin? Jo. Aber das kann ich erst nehmen, wenn... Ich halte irgendwie den Rücken frei. So. Ja, und dann lauf mir halt wieder vor die Nase, weißt du? Ich hab den Titten. Ja, hab ihn nicht. Okay, danke. Schlagwaffen sind dir OP. Denn der freut sich dir einfach... Was ist los? Schlagwaffen sind jetzt ziemlich OP. Ah, okay, schön. So, jetzt ist Ruhe wieder, oder? Okay, und nun? Ja, jetzt geht's weiter. Da wahrscheinlich durch die Tür doch, oder? Durch den Busbahnhof. Ja. Gut erkannt. Guck mal, hab ich hier gleich einen weggesnipert, krieg'n ganz dicken. Also ich hab ein ganzes Magazin auf den geballert. Jetzt. Okay, ich seh halt einfach nichts in der Ecke hier hinten. Oh, shit. Das war unüberlegt. Ah, fuck! Da ist so'n ganz, äh, nicht mehr. Alles gut, danke. Okay, ich muss hier aus der Ecke raus, da brennt's. Oh, ich lauf. Brennt die denn an der vorbei, die Dominos? Oh, da oben ist so'n, so'n links Bums. Genau, so einer. Ist der jetzt noch, oder ist der hinüber? Ist wohl hinüber, okay. Nee, der ist da noch. Ich bin mal im Safe-Room. Alter, wieso, was machst du im Safe-Room? Du mich auch, Alter. Weißt du, wir reppen hier noch den Arsch von uns. Ja, eins gegen zehn, zwei für mich im Safe-Room. Ja, wenn ihr das schildig seht, dass das in der Safe-Room ist, ne, sorry, dass wir deinen Arsch retten wollten. Guck mal. Schau mal, wie viel ich geholt hab, 87 Stück. Ich bin mal den Tank-Gefokus. Ach, das einen hab ich echt ein ganzes Magazin reingeschossen, in den du hast nicht umgefallen. Ei, 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 ei. Superkeller. Warte mal, die, wo wir nicht Leben haben, sollen sich mal heilen lassen. Bei mir lädt's noch, ne? Ich hab noch 50, soll ich's trotzdem nehmen? Dann nimmst du, dann nimmst du Medikit. Ja. Heh. Hab ich einen AK. Hab ich einen 9-8. Machete. Oh, hat keiner n' Dings nie. Oh, sorry, Kel. Lade nach. Diese Autobahn führt zur Brücke. Und weiter. Irgendwo rannt was? Wo ist es? Da vorne. Wo? Hey, weiter schießen, schießen! Weiter schießen! Der ist hinüber. Adrenalinschuss! Da kommt ein Jockey. Soll ich mir Platz für das Adrenalin? Hm. Ja, ich. Achtung, hinter euch war es da. Entschuldigung. Ähm, wurscht ist Adrenalin. Ah, jetzt aber. Hier, in der Seite. Ja. Ah. Ja. Ja, ich bin ein Jockey. Was für etwas war das jetzt? Man hat sich angehört wie ein Flugzeug. Wo ist der Jockey? Hinter uns auf mir. Ist weg. Danke. Bitte. Oh, hier hat Kevin wieder meine ganze Kammer gefunden. Hat noch jemand Platz für eine Bombe oder so? Ich kann mir halt das Adrenalin spritzen. Ne, das Adrenalin ist ein falscher Platz. Also ich kann Bombe tauschen gegen Kotze. Hab schon, ich hab schon, ich hab schon. Na dann behalte ich die Kotze. Ja. Ich hab einfach mal nen Brandlingster runtergeschmissen. Ja, na dann. Immer alles nützt, die uns drauf sammeln. Naja, wenn voll ist, ist halt voll. Da hinten ist wieder so ein fetter. Wo? Ja, hinter dem, ähm, Zaun. Genau da. Jetzt nicht mehr. Naja, hab ich gar nicht gesehen. Ja, hab ich gehört, ich hab ihn. Ups. Na Jockey. Na Jockey. Ja. 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 Halt still, ich will nicht verabschieden. Achtung! Fries. Oh shit. Wuschtel. Tod. Machete. Der Hunter? Der ist bei mir. Jetzt ist er tot. Ihr seid irgendwie auf einer anderen Seite des Zorns. Wo willst du hin, wenn's hier vorne ist? Ja, wo bist denn du? Ja, ein bisschen rum, deswegen find ich ja mit dem. Oh ja, er ist so toll, er guckt sich überall um. Oh. Deswegen findet er halt ja auch schon den Safe-Room. Ja, richtig, weil er immer vorrennt. Also ich könnte bieten Handpistole, Bratpfanne oder Shitgun im Wohnwagen hier. Ne, ich guck mal, wo's hier weitergeht. Kevin, ich glaub, dieses Benzin, das brauchen wir bestimmt noch. Komm mit. Oh man. Ah shit. Hier sind Gewehre. Oh, hier oben, Kevin. Katze, warte, Katze sitzt. Hinter dir, Sarah. Ja. Oh, ich hab hier auch... Was genau war da? Danke. Ja. Hier war ja wohl ein Krieg im Gange. Ah, ist das explosives Zeug? Kevin, guck mal, hier kannst du noch Dings nehmen. C4 oder so, was wird das sein? Hier ist ein Brunch. Warte, voll. Warte, ich guck mal, wie ich's nehmen kann. Oh, hinter uns. Oh, Hand, Achtung, Stamm. Komm zu mir, wuuu. Danke. Muss halt auch erst zielen. Ja, ja. Entschuldigung. Oh, was war das? Oh, ist ganz schön heiß hier. Ja, ich hab uns getötet. Fuck. Scheiße. Entschuldigung, Entschuldigung. Wir sollten hier raus, sonst sind wir gleich alle tot. Nö, mich trifft's nicht. Ich bin in der Ecke. Ganz schön heiß hier. Ja, ja. Ja, Kevin's dämliche... Benzinkarnisse. Naja, wenigstens wurde er benutzt. Ja, ich hab's für ne gute Idee gehalten, bis du im Moment, wo alles angefangen hat zu brennen. Nein, oh ne. Willkommen. Komme, Marvin. Zum Glück hab ich noch nicht den Halt dran genommen. Danke. Passt auf. Eieieien. Lade. Äh, willst du ein Medi-Kit eigentlich? Nö, ich hab noch nicht den Halt. Ich hab noch nicht den Halt. Was? So, okay. Ich hab mich grad gewundert, warum so... Tü-dü-dü-dü-dü-dü-dü... Nachts. Achso, das hab ich gar nicht gehört. Ich glaub, das ist nur bei mir, das ist mein Overlay von... ... und ich hab noch nicht den Halt dran gemacht. Achso. ... abtab in die Fotografen. Verrückt. Da ist schon... Ach man. Da oben, da oben, da oben. Ja, Moment, ich muss hier einmal kurz irgendwie versuchen... Ach. Ja, danke. ... ihn zu retten, ohne zu töten. Oh, raus aus der Kotze! Ach, ja, jetzt... Das war jetzt nötig, oder? Okay, Reher, schießt irgendwie in deine Richtung, ne? Aber irgendwie auch nicht. Ach, keine Ahnung. Ich hab grad total das Gefühl, die ganze Zeit im Kreis zu laufen, weil ich grad nicht raff, wo's lang geht. Und wir laufen auch im Kreis. Hm, also dahinter dieser Holzmaus sind Zombies, dann lassen wir draufschießen. Äh, ja. Warte doch! Hast du bist runtergesprungen? Ich raus bin, also... Nee, die kannst du nicht... Vielleicht geht die Treppen hoch, oder hier durch? Ah, hier durch. Also irgendwas hat Kevin getötet, also von denen her... Er rennt ja auch schon wieder allein. Ja. Ohne was zu sagen, weißt du, wir sind so Deppen und wissen nicht wohin, dann... Schwert es sich wieder, wenn er stirbt. Guck ja erstmal, wo's noch hingeht. Ach so, und dann wenn wir dich nicht mehr finden, dann sagst du, hier geht's lang. Hier, oder? Sehr cool. Oh ja, oh. Hier ist ein Molotow-Cocktail, falls ihr einen Platz habt. Ja, den brauchen wir hier draußen auf jeden Fall, den kannst du ja hier rausschmeißen. Da ist ein kleiner Dingsbums, ja genau, da. Warum eigentlich immer auf Marvin? Ich, das ist normal. Ich zieh die an. Ja. Du hast das meiste Fleisch auf den Rippen, hast du? Ja. Das geht nicht, okay. Ich hab noch jemanden Platz für den Molotow. Ja, ich? Nope, ich hab immer noch die Kotze. Also ich weiß schon mal, wo's hingeht, ne? Ich könnte jetzt den Kevin auch nur gleich ins Loch hüpfen, aber... Ich lass euch mal noch kämpfen. Nein! Nein, ich komm nicht durch! Oh, ich hab ein Dingsbums auf mir, danke. Also hier hinten auf der Straße ist ein Loch mit dem Häuschen drauf. Ich glaub, da müssen wir rein. Loch, Häuschen drauf. Ja, hier... Ist nur so ne Idee, aber... Schön, dass Kevin vorhüpft. Oh, ne. Ah! Hier drinnen sollten wir jetzt nicht unbedingt schießen, als nur der, wo vorne dran sitzt, steht vielleicht. Ja, entschuldige, ich war leicht erschrocken. Sorry. Das ist ein bisschen eklig hier. Tja, was will man sagen? Der hat überhaupt nicht, wo's hier lang geht. Ah! Ich lauf dir noch. Ich wollt grad sagen, aber er läuft halt einfach noch. Der könnte auch noch mitmachen, da dein, wie auch immer, Viewer, falls er das Spiel hat. Oh, Bubi, Vorsicht! Ich bin mir da nicht so sicher, weil... ...ixer ist ein Streaming-Platt von eigentlich der Xbox. Ach so. Fragen kostet ja so viel, ne? Ich seh halt einfach gar nichts, ne? Ich muss schon auf meinem Schoß bleiben, Schatz, sonst wird das nix. Lade! Ähm, ganz, ganz viele, ganz, ganz viele! So, ich molle drauf. Ich steh mittendrin! Ich liege mittendrin! Ja. Ähm... Wer von uns brennt jetzt? Was ist denn da vorne? Fightin? Äh, äh, hier, da bist du. Also ich bin jetzt einmal um die Wand rumgelaufen, äh, da ist kein Ausgang. Wir laufen im Kreis, super. Da, ich hab ne, ich hab ne, 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 dicks Leiter. Keine Leiter, ne. Ach, scheiße auf die Witch, einfach weg hier. Oh, nö. Arsch! Bin wieder ins Loch gefallen, okay? Ach, Kevin. Ach, Mensch. Jetzt haben wir kein Dings mehr. Grat macht das Maul zu. Alter, was ist denn hier geflogen? Die Witch, die Witch, die Witch. Alter! Bin ich mit einem Schlag. So, jetzt ist Ruhe. Fuck, Alter, wo seid? Ich bin getroffen! Okay, jetzt lege ich auch. Alter, die kommen alle aus dem Loch raus. Ah, denkbar schlechter Zeitpunkt. Ich müsste mich einmal kurz heilen, wenn die Meute das zulässt. Ich brauche Hilfe, Männer! Steh auf, steh auf! Huch! So. Ja, zum Glück hab ich noch grad den Kanister gefunden und hab den einfach mal bei euch hingestellt und drauf geschossen. Ich hab die ganze Zeit versucht, den zu, äh, Dingsen. Von ist n Dicker. Der ist im Glück eingesteckt, Clintus. Ich hab die ganze Zeit versucht, auf den Kanister zu schießen, aber ich hab ihn einfach nicht getroffen. Ich hab mich eigentlich gut getroffen, so gesehen. Na, ich lag ja auch nur direkt davor, ne? Ich lauf mal vorne. Ich lauf mal voraus. Ich hab, glaub, noch am meisten Leben. Ne, ich hab mich doch geheilt. Ah, okay. Ah, da ist ein Boomer. Und das auch noch. Ich hab nichts mehr. Oh, jetzt hat wieder irgendeiner aufs Auto geschossen. Entschuldigung! Ich wollt auch mal dumm sagen. Dann halt, der guckt, dass sie wenigstens in diesem Gang hier bleiben. Oh, da kommen ganz viele die Treppe runter. Da kommen verdammt viele die Treppe runter. Scheiße, Entschuldigung! Keiner mehr Feuer. Hast du da gebrochen? Ja, doch. Perfekt. Ja, gut. Ja, nur noch 30 Schuss. Sind uns. Wie unfair. Siehste, diesmal war ich nicht nochmal der Idiot. Ich bin ja aufs Auto gesprungen. Bis jetzt, dass es auch auslöst. Das ist eine Bratpfanne, ist OP. Das ist eine Bratpfanne, ist OP. Was bei dir nicht alles OP ist. Danke. So, jetzt aber nicht ans Auto kommen. Oh, da ist ein... Da war ein Charger. Lass uns mal da hochlaufen. Ja, da müssen wir auch hin. Und ich höre noch irgendein anderes Vieh. Äh, wieso? Bleibst du stehen? Wegen... Den. Ah, ich hab's gesehen. Ich konnte nur leider nicht... Oh, ich bin jetzt leider wieder runtergefallen. Yeah, ganz viele. Uh! Das sind ganz viele Kids und so. Oh geil, Hauptsache wieder Muni. Das hat gut reingehauen. Gewehre. So, hier bitte. Ich brauch sowieso nicht. Wird schon nicht erschossen. Wir sind Waffen. Ah! Wo ist das Vieh? Wir sind Waffen. Waffen. Okay, wieso bin ich jetzt gerade nass gewesen? Man weiß das nicht. Scheiße. Keine Panik jetzt. Wir gehen da runter und kommen irgendwie anders auf die Brücke. Sicher keine Panik. Ich glaub Panik wurde... Oh fuck. Naaah. Haha. Uiuiui. Hm. Huch. Wo bin ich denn? Du bist runtergesprungen, glaub ich. Da kommen ganz viele von den Kirchen. Oder den Friedhof, Entschuldigung. Wo, 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 wo. Rechts von euch, links von dir. Schieß auf das Ding. Okay, was war das? Ich hab drauf geschossen. Äh, in dem Spiel muss man eigentlich nichts machen, außer die ganze Zeit Zombieschnitzeln. Und von Punkt A nach B kommen. Und überleben. Vor allem überleben. Vor allem überleben. Yay. Schieß mal auf'n Marvin. Ja, die kriegt ihr ohne mich, oder? Ja. Von links kommen auch noch welche. Na. Das Nachtladen geht mir auf den Keks. Achtung. Den müsst ihr weg machen, ist das, oder? Müsste weg sein, ja. Oh, ich hab kaum noch Leben, warte mal ganz. No, mich nicht. Ich kann dir, nein, 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 nein. Oh, nützlich. Nein, Hilfe. Heil dich doch. Hilf mir. Ja, Entschuldigung, die alte stand im Weg. Stand die da einfach im Weg rum. Danke. Bitte. Nein, äh, ich hab grad meinem Zuschauer gedankt. Ach so, Verzeihung. Wie gesagt hat, ich bin sehr gut. Ja, du bist grad fast draufgegangen, aber okay. Ist schon in Ordnung. Alter, ja, wenn ihr Hirn auf mich schießt, kein Wunder. Das war der NPC, der auf dich geschossen hat, aber okay. Lade nach. Guck mal, nehmt einer hier in die Rohrbombe noch. Na, die hab ich. Ich bin gegen Schmerzmuck. Und mit einem Brandbrand. Ja, bitte, Schatz. Geil. Netzmittel, Drogen. Also ich kann eine Adrenalinspritze... Marvin, Marvin, hinter dir sind zwei große. Ja, dann... Ja. Hallo. Eine kuschelt grad mit mir. Ich weiß, du bist auch schon weit weg von uns. Hier ist noch mal ne Brandbombe, falls jemand Platz hat. Oh, hinten, Marvin, hinter dir. Ich wollte mich grad heilen. Warte mal. Scheiße. So ne Scheiße. Oh ja. Oh ja. Oh ja, Granate. Oh ja. Kann ich das hier in Friedhof oder was? Ja. Oh, hier hat's auch ne, 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 ne Brandgranate hier. Hinten bei mir. Okay, was war das? Aua, Katze. Ach, danke. Leg dich einfach wieder hin, Bubi, wer? Leg dich einfach wieder hin, mein Schatz. Ja, fein. Nein? Noch nicht? Okay. Oh, shit. Noch einmal nicht aufgepasst. Ein Granatwerfer. Ui, hier kommen noch viele. Oh man, warum eigentlich immer auf mich? Halbe Leben weg hier wieder. Jetzt noch mal ne Brandbombe, wenn ihr mir Platz hätt. Ja. Ich hab immer noch Kotze bei mir. Ahahaha. Oh cool. Ah, fuck, fuck, fuck. Hey, hörst du auf? Ich glaub, bei dir hackt's. Was ist? Keine Pässe, du wohnst. Au. Ich weiß noch. Ja, der hat mal kurz beschlossen, dass er meinen Arm essen möchte. Oh, lecker. So, jetzt kann ich euch wieder helfen. Wenn ich euch finde. Da seid ihr ja. Na toll. Warum? Das war doch... Ich hab nix mehr ein Leben. Alter. Wer zur Hölle hat da jetzt Feuer gemacht? Nichts gewinnen. Wir kommen halt jetzt nicht rein, ne, aber... Schön, dass die Zombies auch im Schutzraum sind. Ja, ne. Sympathisch. Ne, da ist ein Witch. Ja, mal, tu mal. Im Schutzraum. Ne. Oh, die kommt ja nur noch. Also, ich fähr hier drin. Komm rein, komm rein, komm rein. Das ist ja knapp. Alter Verwalter. Jetzt muss ich pinkeln. Auf den Schrecken. Das war irgendwie nicht so meine Runde. Aua. Ich kann's auf die Katze schieben, das ist auch okay. Zuerst hat er sich auf meinen Schoß gelegt und breit gemacht, und dann hat er sich plötzlich festgebissen. Aua. Jetzt sitzt er wieder da, als wäre er so süß. Als könnte keiner fliege was zuleide tun. Jetzt sitzt er doch auf seinem Popo. Oh, da draußen ist schon so laut, da hab ich echt keinen Bock drauf. Ist gut. Hat's überhaupt was? Ja, da hat's waffen. Hey, Leute, ich hab's mal nicht zuhören. Du bsi. Gink. Du, 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 du. Du, 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 du. Was? Was? Das hätte ich echt nicht geplant. Jetzt geht's gut. Warte, 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 warte. So, mit... Oh, die Decke ist abgefallen. Na, im Spiel vom Schutzraum, aber jetzt ist sie wieder weg. Hat sich wieder Luft aufgelöst. Was? Richtig. Wo ist Marvin? Äh, ja, jetzt. Hallo. Ich bin aufgefüllt, Medikit hab ich eingepackt. Ja. Nein, ich will auch nehmen den Granatwert weiter mit. Ja, mit dem Triff nicht so wirklich, fand ich. Also dann geht's weiter, oder wie? Du nicht, du bist aber auch nicht sehr gut. Mach die Tür auf. Verdammt. Was für Kannibalen. Alter, wieso laufen die denn weiter, wenn man auf sie geschossen hat? Was soll denn das? Ist doch witzlos. Hast du nur Kannibalen? Hä, wieso? Weiß ich nicht. Mein Zuschauer ist gerade geschrieben, Kannibalen. Ach so. Ah, Kannibalen, Zombies, wie auch immer. Vielleicht wegen der Katze? Oder so. Nichts genaues weiß man. Oh ja, hier drinnen im Gebäude mit dem Granatwerfer, ist nicht gut. Hör auf damit! Oh, lauf mir doch nicht vor die Nase. Ja, das kann ich nicht. Upsi! Uh! Kommt zu euch runter. Der ist tot. Kann mir jemand aufhelfen? Hey, komm schon! Da unten ist noch einer, da unten ist noch einer. Ich muss jetzt hier erstmal wieder bedienen. Danke, sehr freundlich. Wir werden nicht in dieser Stadt verretten. Ich wollte nie hier sein. Der Flug soll ich woanders hingehen. Du, 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 du. Ist ja voll Jump'n'Run-Action hier. Egal. Ich hab's nicht bis jetzt. Ich hab's nicht bis jetzt. Not enough! Aber wo? Jetzt nochmal ne Bombe, dass jemand Platz hat. Oh, hinter uns! Dass du immer gleich alles wegbrennen musst. Ja, weil hier noch ne Bombe liegt. Und die Rochelle steht halt im Feuer. Ja. Ach, fuck! Jockey. Wo geht's denn hier weiter? Ah, Kerl hat den Weg gefunden. Ne. Der Weg ist auf der anderen Seite. Ach, hier hat der hier. Oh, hier ist Restaurant oder sowas. Oh, lass mich hier ne Runde Billiard spielen. Oh, hier hat's noch C4 oder so. Und... I-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Neee, neee. Und... Oh, dann ist er viel los. Und... hinter uns nein, ach, tschau, okay danke ich bin die alte gerade unfähig, neben mir hergerannt hast ja, ich hab's gesehen ich denkst du auch, hä, was geht da kommt da jetzt noch mal ne Meute, weil da unten liegt nämlich ein Dings voll reingerutscht ich bin gerade wieder runtergeplumpst bis jetzt schon wieder hingefallen weil jetzt noch Benzin kann das ja, ich ziel die ganze Zeit drauf, aber es kommt halt keine Meute ne, da ist nichts mehr dann halt nicht und zurück, zurück, zurück ja, umrennen brauchst du mich nicht hier hat's noch ne Motorsäge als einer heute nur als Fels Mensch Marvin, lauf mir doch nicht immer vor die Flinte äh, brauchst du dich nicht beschweren der guckt doch einfach wenn ich gerade im Sniper-Ding bin ne Captain King, jetzt wär ja auch noch drin, ne was zum Teufel machen die? ich weiß nicht, die Stadt zerstören oh, Munition nein ich will mein Gewehr wieder, bitte gib mir mein Gewehr wieder guck mal, ob da unten irgendein Dicker ist bewegen sie den Wagen, oh jetzt mal, waren die Häuschen eigentlich schon immer eingezeichnet, oder? oh nein oh, das war keine Absicht wimmst du den Wagen, Sarah? äh, äh den Traktor? ja den Mercedes-Truck ja, boah, sowas von mh, Sarah, tut mir leid, aber alles gut, alles gut ich stehe auf dem Plastiktisch okay, ist gut okay, hat nichts geholfen, ne, hat nicht geholfen so viel zu Realismus jetzt spielen naja, das Plastik ist halt wirklich schmolzen komm, wir müssen, glaube ich, hier rüber laufen dann, ne? sag mal, dieser langsame Traktor ist aber nicht unsere Rettung, oder? ja doch ich glaube, wir müssen hier rüber rennen gleich dann äh, ich komm hier aber nicht mehr hoch aufhug na, shit okay, mein Plan war scheiße okay, mein Plan war scheiße boah äh äh irgendwas hat Marvin, weil der ist orange? ne, ich bin, ich hab so Kotze an mir ach so, okay, deswegen Vorsicht, Boomer Entschuldigung jetzt kann ich mich durch den Wagen die Typen erschießen, oder was? was ist denn das? super Traktor okay, irgendwo ist ne Witch, ich hör sie heulen hm wie zur Hülle komm ich jetzt da hoch? gar nicht mehr ha ach, komm ich nur mal hoch, mit deinem Haus ja, außenrum ist lustig ist ausruhen noch mehr ausruhen ging nicht, oder? ja, ich bin die Treppe runter, boah, hier geht's raus ach, ne ach, ne ha, ha, ha ha, ha oh, man, dude bist du zart, ich glaub gleich ja, wenn ich treffen würde, hätt ich's geschafft mhm ach, ich hab echt gar kein Kit mehr ich hab noch eins na, egal, ne, lass dich ich bin bisschen weiter hinten ach, du da hast die Witch ach das war effizient, glaub, nein, war nicht effizient ach so, bist du wieder ne NEIN Hilfe, Hilfe was haben wir denn hier? das tut eh okay jetzt bringen wir bei uns beiden geht's echt nicht gut, Kevin äh 11 HP, so boah, hier hat's zwei Kits eins hab ich mal genommen hier ist ein Laser Visier Update ach, das tut gut das tut gut sag das mal jemand, muss mich verärzten Hunter, hier, muss besser auf mich aufpassen wo ist der Hunter? geiles Eltonatreffen mit Laser Ziel äh, scheiß auch hab ihn schon gesniped da kommen welche, hinter dir Marvin ja jetzt ja Wo hinter uns? Was ist denn hinter uns? Franka welche Achso Irgendwo ist schon wieder eine Witch Woops Ich nehm mal das Verbandszeug hier ok Da unten ist nochmal so ein Muni auffüll Dingsbums Oh fuck und ein fetter Und ein Hunter und alles mögliche Alles gut Yay Oh hier ist es Spaß Irgendwo ist noch was fettes glaube ich Achso ist Marvin Ja ich hab nicht geschossen Nein Ich hab gleich wieder ins Messer gelaufen Ja Und schon wieder eine Witch Die Wolke Wir kommen hier raus Da ist die Witch Komm ich snipe die Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren Sag wenn du schießt was du reizt Ich schieß Sag wenn du schießt Schieße Geht Ich bleib nur mal stehen Oh nice Ja Wir haben aufs Auge geschossen Schön ist ja dass er mal steht wenn er da war Ich hab mir extra... Oh, ich glaub wir müssen hier ins Gebäude reingehen und die im Durchgang snipen. Oh fuck, was hast du extra? Ach, leck mich doch! Danke! Na super. Jetzt wollt ihr mir hochhelfen und äh... Ach, super! Ach, ist das nicht wahr? Och, komm! Och, leck mich echt! Ach, Mann! Depp und Deppin. Ja, ich bin gleich tot. Ach so, danke. Ich hab übrigens ne Defi dabei, ne? Nur so nebenbei. Ah, ich glaub den braucht man nicht. Ne, läuft echt gut gerade, ne? Oh, der ist in der Kanister. Na, bring den mal mit. Ach, genau. Oh, ich schmeiß ein Kanister drauf! Nein, hilf mir lieber anstatt neben dran zu stehen! Alter! Der hat nachgeladen, was soll ich machen? Das ist bitter! Na, ist schon down. Ich hab ja noch 5 HP. Das heißt, noch 3 Schüsse von euch auf mich und dann... Ach, dann war's das wieder. Ich kann dir noch Adrenalin anbieten. Ach, Kevin. Ist dein Ernst jetzt, oder? Alter! Alter, du bist so ein... Ich sag's lieber nicht. Unfassbar, echt. Unfassbar. Ja, halt's Maul. Los, rein mit euch! Oh nein! Ganz ehrlich! Warte, du musst den Schein noch reinlassen. Jetzt! 4 HP! Nicht wahr, echt nicht wahr! Ah, nee!